Ist nur einer gestorben? Das ist nicht verkehrt. Wenn man es jetzt mal so sieht, war das ein voller Erfolg. Oh, ich habe keine. Das sind nur noch die drei neben mir. Ne, da ist noch einer. Na gut, und da ganz unten ist noch eine. Das darf man nicht vergessen. Und hier ist natürlich auch noch eine, aber die gehört mit zu denen, deswegen, die sind jetzt nicht ganz so wichtig, aber hier ist auch noch eine. Da kann man auch noch hin. Das schafft man irgendwie. Ah, man kommt langsam voran hier. Alle, die auch im Journal auftauchen, würde ich jetzt auch erstmal nicht verfolgen, sondern wirklich nur die auf der Map. Das Gleichgewicht. Ja. Das ist, was Night City am Leben hält. Aha. Ohne würden wir uns nur noch an die Kehle geben. Okay. Konzerne, Gangs, alle. Ah. Und wo stehen die Fixer? Wenn eine Seite zu mächtig wird, sorgen sie dafür, dass sich das Verhältnis wieder ausgleicht. Diskret. Denk darüber nach. Das Gleichgewicht hält die Geschäfte am Lauf. Aber genug dir. Und? Willst du was? Zeit, dass du dich ans Wagen weißt. Details findest du an Wagen. Schon lange im Biss? Hä? Du hast eindeutig richtig Verkaufserfahrung. Ja, ist kein schick im Nischeladen. Die meisten Leute kaufen was und verpässt sie. Ah, so läuft das hier. Dachte ich. Alles ganz schön teuer hier. Alles hohe Qualität, Jumba. Mhm. Was verkaufst du? Hey, Chef. Der verehrte Kunde fragt nach unserem Angebot. Was? Hast du den Chef gehört? Ich dachte, ihr hättet hier richtig gute Tech. Willst du jetzt was kaufen oder nicht? Das ist das Angebot. Ja. Loll. Junge, Junge, Junge. Das hat aber gezwirbelt. Perfekt. Ist das Mikro auch an? Hast du den Chef gehört? Ich dachte, ihr hättet hier richtig gute Tech. Willst du jetzt was kaufen oder nicht? Das ist das Angebot. Ach, der verkauft tatsächlich was. Ja, okay. Warte dann. Verkauf ich mal meinen Schiss. Ja, ist... Also, geiler Laden. Prinzipiell echt geil. Alter, okay, der hat... Was hat der denn für eine Waffe, Junge? Die ist ja insane. Könnte der die bitte fallen lassen und ich bekomme sie? Weil die ist ja ziemlich krass. Ich hätte die gern. Ich dachte, ihr hättet hier richtig gute Tech. Wo geht er denn hin, Alter? Okay, jetzt funktioniert nicht. Wir machen die erst mal alle weg hier. Oh, juckt ihn auch nicht. Dass ich den nicht wegmachen kann, das ist ja voll krass. Oh. Kann ich den von hier sehen? Shit. Okay. Den kann ich wahrscheinlich... Konnte ich nicht machen, weil der zu leicht war. Keine Ahnung. Das Amt für cybernetische Technologie in Night City wird nun aufgrund von Etatswürzungen offiziell abgeschafft. Das Amt, welches bisher für die Implantatzertifizierung war. So, zum Keller soll ich? Ja, das kriegen wir doch irgendwie hin. Ah, warum kann ich denn jetzt über den Spiegel schauen? Das will ich nicht. Ist die Frisur andersrum? Das steht aber richtig. Also es ist jetzt nicht, dass das Bild gespiegelt ist. Hatte die die Frisur nicht mal andersrum? Ja. Hat sie auch. Ach so, ist ja auch spiegelverkehrt. Macht Sinn. Wie kommen wir in den Keller? Ratatatata. Ach hier. Und dann? Ja. Ja, hab sie im Auge. Ja. Ja, wir feiern hier eine scheiß Party. Ei, ei, ei. Ich bin nur hier, damit sie nicht verhungern. Nein, muss heute Beine auslassen. Sitz hier noch bis morgen fit. Ja, Mann. Du, hör auf. Ja. Ja, komm jetzt. Mach's nicht so'n Scheiß. Stirb. Danke. Das kam schon wieder vorbei. Dankeschön. Sehr nett. Sehr nett. Okay, kommt man ja irgendwie easy raus hier. Ah, cool. Mach doch mal die Waffe weg. Sehr gut. Manchmal erfordert das große Gleichgewicht Opfer. Ja. Job erledigt. Ja. So, Job ist done. Sehr schön. Hier haben wir ein Auto. Das noch. Das noch. Das noch. Die beiden noch. Und das da unten. Okay. Das ist doch sehr schön. Dann sind wir nämlich mit den Haupt, äh, mit den Hauptmissionen, mit den Nebenmissionen bald durch. Ja, geil. Hallo. I like it. I like it. Nee. Doch. Wir werden mal halten. Okay. Es gibt da einen Kerl, der weg muss. Hat mal an Söldner gearbeitet, also Vorsicht. Aber die Eddys sind's wert. Mehr Infos findest du im Mannhang. Bin gespannt, was du machst. Danke. Hey, glaubst du, Schmeißfliegen wie du kommen hier gratis rein? Habt ihr VIP-Räume? Für Privatpartys? Du weißt schon. Mhm. Reserviert für den Boss und so. Meinst du, er kann gesessen? Ey, die Frise von dem ist das sexy. Entweder du gibst mir Eddies oder verschwindest. Ja, Moment. Was sind das alles für Idioten, als ob ich dem Geld zahle? Also, man könnte sagen, ja, das weiß er ja noch nicht, aber... Heilige Scheiße. Hörst du das? Hörst du, was die da spielen? Geschmäcker sind verschieden. Das sagen nur Leute mit schlechtem Geschmack. Weiß ja nicht, warum er es verdient hat, abzutreten. Aber sein Musik... ...mir schon als Grund. Hm. Tja, aber wo ist der Gute? Hey, was wird das? VIP heißt für VIPs. Ich kenne den Boss. Sind Chums. Der Boss kennt eine Menge Leute. Und keiner von denen ist sein Chumba. Aber... Ah, ah, ah. Boss hat gesagt, niemanden reinlassen. Will allein sein. Abmarsch jetzt. Mhm. Die Leine, oder es passiert was? Ja, ja, ich bin schon weg. Ich würde mal eher sagen... Zieh du mal alleine. Es klappt aber auch immer wieder. Und schon bin ich durch. Hier sind einige. Ich habe ja keinen Bock gegen die zu fighten. Was ist mit ihm los? Scheiße. Na gut. Boah, alter Mann. Was haben die manchmal für Waffen, ey? Hm, ich weiß ja nicht. Kommt man da irgendwie anders rein? Also am besten so, dass die mich auch reinlassen. Und keinen Stress machen. Ah, das wäre natürlich ideal. Weil das ist schon schwierig. Ich hätte wieder vorher speichern sollen. Verdammt. Naja. Scheiße. Müsste aber, glaube ich, bis in dem Zeitpunkt schon eine viel bessere Rüstung haben. Aber naja. Sag mal, für die meisten Sachen reicht es ja trotzdem noch. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich hab' den haben Es gibt da einen Kerl, der weg muss. Hab' meinen, hat zu öfter gearbeitet. Also Vorsicht. Aber die Addys sind's wert. Mehr Infos findest du im Mannhang. Bin gespannt, was du machst. Danke. Bitte. Wir sagen mal genau das Gleiche. Danke. So. Warum ich speichere... Ach komm, okay, speichern war doch möglich. Uiuiui, Glück ab. Ja. Ja. Wir können tanzen. Erstmal danzen. Okay, genug gedenzt. Ah, ja. Oh, da hast du Pech. Er redet nicht gern mit Leuten. Mir egal, ob er gerne redet. Ich hab gefragt, ob er da ist. Ähm, ja, er ist oben im VIP-Bereich, aber erwarte keine freundliche Begrüßung. Okay. Aber kann ich doch irgendwie rein in den VIP-Bereich? Das ist die Frage. Ich finde ja, witzig, dass wir hier tanzen können. So. Hm. Nee, hier lang. Hi. Was ist mit ihm hier? Was wird mit dir reden? Nee. Ah. Ja, vielleicht nicht. Aber meine? Also. Anscheinendlich. Das Problem ist, ich krieg den von hier halt auch nicht weg. Na gut, dann machen wir das auf die alte modische Art und Weise. Meine Fresse, Alter. Was hauen die mir denn immer in die Fresse? Und wo kommt der her? Scheiße, ey. Warum komme ich denn da nirgendwo rein? Das ist ja voll zum Kotzen. Unten steht einer, da oben steht einer, die machen übelst viel Schaden. Hm. Hm, 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 hm. Ich kann den auch nicht ablenken, ne? Wird ihn nicht interessieren. Warte mal. Ich will mal einfach was probieren, kurz. Vielleicht funktioniert das, ja? Komm, Meta-Ebene, Alter. Guck mal, du hast die Titten, das ist doch auch okay. Na ja, juckt ihn anscheinend nicht. Der lächelt, aber juckt ihn leider nicht. Ja, schade. Das wäre natürlich cool, wenn das funktioniert hätte. Ach, guck mal, hier so ein Ding. Auch sexy. Nein, nicht wirklich, aber... Ah, wobei, eigentlich, ich finde ihn nicht schlecht. Es gibt geile von diesen Anzügen. Aber man findet immer nur die komischen. Das ist das Problem. Ich will den jetzt nicht töten, Mann. Aber warte mal. Tja, wie könnte ich da reinkommen? Nett. Danke. Irgendwie muss ich da reinkommen können. Hm. Hey. Ja. Die Musik hier. Ich will mit... Okay. Ich komme da gar nicht rein, Alter. Krass. Tote Hose, Mann. Habt ihr gleich gesagt, das Afterlife wäre besser. Wenn wir hingehen, versprichst du mir, dass du endlich die Fresse hältst. Geht der auch noch mal weg? Könnten den mal ablenken. Was war das? Was soll das werden? Tiste, nah! Sein vor, komm nicht mehr zu nah. Alter, nicht schon wieder das mit dem Spiegel. Wow. Da komme ich ja richtig weit mit. Hm. Kann man nicht einfach sagen, man möchte hier anfangen, als Tänzerin zu arbeiten oder sowas? Hm. Hm. Hi. Da bringt mir Tanzen was, dass ich das... Weiß nicht, wenn ich hier tanze, vielleicht holt er mich zu sich. Weiß zwar nicht warum, aber man weiß ja nicht. Absolut keine Ahnung. Offenbar nicht. Man, er sieht mich ja. Guck, er sieht er genau zu mir. Ich tanze einfach noch mal. Richtig hot und halt krass, ne, wie ich tanze, finde ich. Also ich finde, ich tanze schon gut. Da können wir jetzt echt mal sagen, yo, komm mal hoch hier. Aber offenbar hat er keinen Bock. Na gut. Juckt ihr nicht. Oh shit, die haben mich gesehen. Blut. Oh, meine Fresse, die hauen echt auf. Alter, im Kampf hier durchzugehen ist halt schwierig. Ich würde halt gerne wissen, es muss einen Weg geben, da irgendwie reinzukommen. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Dino, der hat mir irgendwas geschickt. Rogue auch, bla bla bla. Rebecca Price, ja, die ist tot, das ist kein Problem. Du hast mir ja was geschickt zu ihm, ne? Prima, die Daten, bla bla bla. Was ist hier? Ich mach's kurz. Es geht um Jack Mauser. NCs, bekloppte Söldner Mauser ist bei einem Job für mich vor kurzem zu weit gegangen, viel, viel zu weit. Er sollte nur ein paar Splitter aus einem Seed-Attack-Transport mitgehen lassen, still und heimlich. Pah, nix da, heimlich. Der Psycho hat jede verdammte Wache umgebracht, den Fahrer geköpft und den Truck gesprengt. Der Konzern ist tierisch angepisst und sucht nach dem Wichser, der dafür verantwortlich ist. Was natürlich auf mich zurückfallen könnte, vielleicht kann ich mich aus der Schlinge ziehen, wenn du Ihnen Jacks Kopf aus einem Silbertablett servierst im Gerdenschebiger Club Downtown namens 7th Hell. Ich habe das Gefühl, dass er sich da verschanzen will, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich will, dass du da aufkreuzt und dem Durchschnitt dann direkt seine Hände bereitest. Aber wie komme ich da rein, Alter? Das Problem ist, ich kann halt nix machen. Ich kriege den ja auch nicht abgelenkt, den Typen, und so schnell kann ich den leider nicht down kriegen. Ich kann ein Breach-Protokoll versuchen und dann versuchen, ihn zu hacken. E9, 1C, 7A, okay. So, egal. Ne. Ich werde vorher nochmal speichern. Okay, die sind zwar jetzt alarmiert, aber... Okay, raus hier. Nein, nein, lass das. Ciao. Ja, das funktioniert. Ciao, ne? Der ruft mich eh gleich an. Also, easy game. Das heißt, wir werden uns schon mal dahin begeben. Möchte ich meinen. Weil sobald ich da weit genug weg bin, ruft er mich an und sagt, jo, geile Ding. Endlich auch mal einer, der meine Arbeit hier zu schätzen weiß, ja, der nicht sagt, öh, jetzt ist er besser machen können. Ne, der sagt, jo, der ist tot, das wollte ich. Geiles Ding. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Was passiert hier? Ah, der Padre. Natürlich. Nichts. Nichts. Junge. Hier wird nicht geschlitzt. So, hab's. Kann ich da hochspringen? Ich will es hoffen. Hat so geklappt. Ja gut, ich sag mal so, das war da easy. Das war doch easy game.